Man muss einfach mal ausprobieren und dann einfach mal dranbleiben. Weil man merkt zuerst nach ein paar Mal, wie gut das man wirklich tut. Und wenn man das mal gemerkt hat, dann sind sie dankbar und dann kommen sie auch wirklich regelmässig. Herzlich willkommen zum 38. Digi-Talk. Heute mit Silvia Montonato. Sie betreibt Aerobic Gym Factory Jam 29. Sehr, sehr spannend, wieder mal aus einem anderen Bereich jemanden hier zu haben. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, erzähl doch etwas von dir, Silvia. Danke. Wie du zu diesem gekommen bist und was du heute so machst. Ja, danke für die Einladung. Ja, zu dem bin ich gekommen, weil ich schon seit vier bin immer Sport mache. Und ich wollte mein Hobby eigentlich zum Beruf machen. Gelernt habe ich ursprünglich das KV. Das hat mir aber nicht so gefallen. Und irgendwie bin ich dann automatisch in diese Szene hineingerutscht. Das war doch der Anfang. Der Anfang. Und eben mittlerweile seit 22 Jahren ein eigenes Studio. Also in diesem Sinne selbstständig. Jetzt hast du in der Einleitung schon gesagt, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ist das eine grosse Herausforderung gewesen? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Ja, das ist schon lange. Wieso ist jetzt doch schon eine Weile her? Also, manchmal denke ich einfach zurück und frage mich einmal, wie ich den Mut hatte, um das zu machen. Ich weiss nicht, ob ich heute noch einmal den Mut hatte. Aber ja, man fängt einfach einmal an und will etwas bewegen. Und dann macht man einfach einmal. Und manchmal ist ja gut, wenn man nicht alles weiss, was auf einem zukommt. Ja. Das kann ich übrigens bejahen. Ja. Mit sehr, sehr vielen Problemen. Normalerweise behaftet auch das Köpen zuzuschäften. Ja. Und viel arbeiten. Und viel arbeiten, ja. Aber ich meine, du machst jetzt das seit 22 Jahren. Das wird wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen sein. So würde ich es nicht in 22 Jahren machen. Und vor allem auch, du hast es gesagt, Hobby zum Beruf. Und es ist lustig, ich hatte gestern eine Academy. Du bist ja auch dabei gewesen. Und es ging ja genau um das, auch die persönlichen Ziele zu verfolgen. Auch wenn die vielleicht im ersten Moment nicht das meiste Geld geben. Aber um das zu machen, was man gerne macht. Und ich vertrete das wirklich auch. Und darum finde ich es extrem spannend, dass du jetzt auch gerade in der Einleitung mit dieser Thematik gekommen bist. Ja. Das ist bei mir wirklich auch so. Also eben gelernt habe ich das KV. Ich habe lange in dem Büro gearbeitet. Ich habe immer wieder die Branchen gewechselt, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht liegt es an der Branchen, dass es mir nicht gefällt. Ich bin nie gerne gearbeitet gegangen. Ich habe einfach gearbeitet, dass ich meinen Lohn habe. Und Sport habe ich einfach immer schon gerne gemacht. Also seit die vier Jahre bin ich im Sportbereich drin. Und bin dann langsam in den tänzerischen Bereich reingekommen. Und bin dann auch mal auf New York gegangen. Also so einen Fahrkurs habe ich besucht gehabt. Der ist drei Monate gegangen. Um zu schauen, ob ich diese dreijährige Tanzausbildung mache. Mhm. Ich bin dann aber dort ziemlich auf den Boden runtergekommen. Also da bin ich eine der Besseren gewesen. Und dort, ja. Da kommst du einfach mal auf den Boden runter und siehst einmal, dass es einen ganzen Haufen mega gute Tänzer gibt. Und vor allem einen ganzen Haufen arbeitslose Tänzer. Darum habe ich dann irgendwie gefunden, okay, nein, diese Ausbildung mache ich nicht. Ich gehe wieder zurück und irgendwie ergibt sich dann schon etwas. Und dann bin ich wieder in Buchs gelandet, bei meinen Eltern. Und habe da angefangen Jazz-Tanz zu machen. Und dann ist die Tanzlehrerin dann schwanger geworden. Risikoschwanger. Hat nicht mehr unterrichten. Sie hatte keinen Ersatz gehabt. Und hat mich dann gefragt. Und das ist eigentlich der Anfang gesehen. Und dann habe ich fast ein Jahr lang für sie eigentlich Lektionen übernommen. Mhm. Plus auch noch Muckiturnen und Kindertanz. Und das hat mir mega gut gefallen. Und da habe ich gewusst, genau das ist das, was ich wollte. Ich wollte etwas mit Menschen machen. Ich wollte etwas mit kleinen Kindern machen. Mit grösseren. Mit Erwachsenen. Und ja, bin dann auf die Suche gegangen. Was kann ich für eine Ausbildung machen, dass ich sie da irgendwie verwirklichen kann. Und dann bin ich auf die SAFS gestossen. Das ist die Schweizerische Aerobik- und Fitnessschule in Zürich. Die gibt es heute noch. Und die ist heute immer noch die Führende. Und da kann man modulweise einfach mal anfangen. Und das ist super gewesen für mich. Ich konnte arbeiten und das nebenbei so machen. Also wirklich auch gerade nicht im ersten Moment schon voll ins Risiko reingegangen. So, Cut da. Und jetzt muss es laufen. Ist das sicher auch ein Vorteil heute noch, wenn man nicht von einem auf den anderen Moment, von der Sicherheit in die Unsicherheit und Selbstständigkeit hineinkommen muss. Also sehe ich schon auch. Aber irgendwann ist ja dann der Zeitpunkt gekommen. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, ja. Also die Ausbildung habe ich 1991, 1992 gemacht. Und dann halt immer weiter. Mich immer auch weiter ausbilden lassen oder weiterbilden lassen. Und das Studio habe ich dann am 97. eröffnet. Und in dieser Zeit zwischendrin habe ich immer noch im Büro gearbeitet, aber in verschiedenen Studios unterrichtet. Ja. Und so einfach mal ein bisschen geschaut, ob es wirklich das ist. Und es ist dann wirklich auch da gewesen. Und immer mehr das war das. Also ich habe immer mehr Lektionen gegeben. Und weniger im Büro gearbeitet. Dann habe ich schon mal versucht, mich selbstständig zu machen. Und dann ist aber herausgekommen, dass ein grosses Studio im Buchs eröffnet. Dort war einmal ein Trainingscenter. Ja. Dann habe ich gefunden, ja nein, das ist vielleicht ein wenig unpassender Zeitpunkt. Ich durfte dann aber dort arbeiten und hatte dort das ganze Aerobik unter mir. Also das ganze Management gemacht. Leute konnten selber einstellen. Stundenplan machen und so. Eigentlich fast wie mein eigenes. Du hast schon mal üben können und trotzdem mit dem eigenen Risiko. Ohne Risiko. Ohne finanzielles Risiko und so. Wirklich können üben. Und ich bin dann zwei Jahre dort gewesen und dann habe ich gefunden, so. Und jetzt? Einfach Nägel mit Köpfen machen. Dann ist es nochmal ein halbes Jahr gegangen. Und dann habe ich das Jam29 Aerobic Factory eröffnet. Ich habe aber immer noch, also nicht gerade so viele Lektionen gegeben wie jetzt. Ich hatte immer noch ein Bein im Bürobereich. Ja, am Anfang. Dann habe ich bei einem Anwalt gearbeitet. Immer noch 20 Prozent und so. Ja, bis ich dann im ersten Fix im 2002 von dort weg bin. Dann bin ich nochmal Mama geworden. Und dann war klar, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Jetzt habe ich wieder ein kleines Kind. Und also nicht mehr arbeiten, halt nicht mehr im Büro arbeiten. Und dann habe ich gefunden, so jetzt ist die Zeit. Jetzt halt alles oder nichts. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist Mama geworden. Ich könnte auch sagen, für Mütter kann es durchaus auch von Vorteil sein, sich selbstständig zu machen. Ja, das kommt darauf auch an der Branche. Aber auf jeden Fall, ja. Keine grosse... Also es war sicher eine Auserforderung. Aber wie bist du dazu mit dem umgegangen? Ich meine eben, jetzt bist du wieder Mut geworden. Ich meine, jetzt sollte ich mit dem starten. Es war nicht eine riesen Belastung in diesem Moment. Noch mehr Unsicherheit? Ja. Oh, ich habe jetzt zusätzliches Kind. Das ist immer irgendwie, wenn du selbstständig bist. Du weisst ja nie genau, was du verdienst oder wie es läuft. Das ist immer ein gewisses Risiko. Aber irgendwie wachst du mit dem oder lernst es irgendwie, dass du irgendwie denkst, ja, es geht dann schon wieder irgendwie. Ja. Oder sonst machst du wieder etwas anderes. Also musst du ja immer etwas schauen, wenn etwas nicht läuft, dann lässt du das mal weg. Dann investierst du irgendwo anders ein bisschen mehr Zeit. Das Einzige, was du siehst, als die Kinder klein waren, sind einfach so ein bisschen der Spagat mit Kindern und Haushalt und Studio zu meistern. Aber es hat auch funktioniert. Ja. Es sind alle gross geworden. Es sind alle gross geworden. Ja. Und du bist nach 22 Jahren eben immer noch im Jam 29. Sorry, wenn ich das vorher falsch ausgesprochen habe. Ja, vielleicht nicht. Jam 29. Es ist eine relativ lange Zeit für die Selbstständigkeit. Inwiefern hast du dich in dieser Zeit verändert? Und wie hat sich die Branchen oder das Business verändert? Also die Branchen verändert sich ja laufend. Also es gibt immer wieder so Hypes, die wieder eine Weile lang super sind. Und dann flaut es wieder ein bisschen ab. Es gibt Dinge, die es gerne nicht mehr gibt, die ich am Anfang konnte unterrichten, wo es jetzt einfach von der Bildfläche verschwunden ist, weil es die Leute nicht mehr wollten. Und ja, das verändert sich immer wieder. Aber es gibt immer wieder auch Neues und das ist auch spannend. Also momentan haben wir jetzt, also seit vier Jahren ist das, haben wir mit dem Trampolin, also das Jumping. Ja. Und das ist jetzt voll der Hit und die Leute sind voll begeistert. Und also vor zehn Jahren hätte ich jetzt nicht denken, dass sie da mal neu Geld investieren und wieder etwas Neues machen oder so. Aber es ist immer ein Auf und Ab, ja. Also ich habe das übrigens auch schon mal gemacht. Ich bin jetzt nicht so fängstig davon, ich bin jetzt eher so der Mannschaftssportler. Und im Winter haben wir das einmal gemacht. Also ich habe zweimal die Winterfahrbereitung. Ja. Ist jetzt nicht so meins gewesen. Und ja. Aber ja, es kommt immer wieder etwas Neues. Genau. Das heisst auch, nach 20 Jahren musst du die Augen immer noch offen halten und immer wieder am Puls der Zeit sein. Weil du musst ja die Bedürfnisse von deinen Leuten abholen. Nimmt es ja nichts, wenn du, ich sage jetzt blöd gesagt, Boxen anbeutest und niemand will boxen. Genau. Und das ist sicher eine Herausforderung. Woher nimmst du die Motivation? Also immer wieder neu dran zu bleiben? Also ich gehe auch gerne an einen Kongress, wo immer wieder Neues präsentiert wird. Und es ist auch spannend und also unser Motto ist auch spürbar anders. Und das würde ich eigentlich immer auch wieder umsetzen. Und haben wir bis jetzt auch immer geschafft. Also wenn ich so mit anderen Studios vergleiche, ist es wirklich so, dass wir immer wieder versuchen Neues reinzubringen oder eben halt auf dem neuesten Trend sind oder so. Und halt auch das vielseitig und das macht es auch wieder spannend. Da kann man auch wieder die Motivation holen. Es ist alles anders. Also jede Lektion ist anders. Jeden Tag verläuft anders. Es wird einem nicht langweilig oder? Und darum auch über die vielen Jahre macht es immer noch Spass. Also es ist nie so, dass es mich anscheisst, um zu arbeiten. Es ist immer, wenn ich reinkomme, es ist mein zweites Zuhause und ja, es gehört zu mir. Und es ist immer noch ein schönes Gefühl. Das ist schön zu hören. Wie hast du dich in dieser Zeit verändert? Älter geworden. Ja gut, dann wird man automatisch. Da muss man nicht viel tun dafür. Ja. Wenn du sagst, am Anfang bin ich ja so gesehen. Ich bin sicher gelassener geworden. Also wenn es mal nicht so läuft oder etwas nicht so gut ist, dann mache ich mir ja nicht gleich mega Sorgen. Und ja, auch wenn mal eine Weile lang nicht so viele Abos verkauft werden oder so, dann mache ich mir einfach weniger Sorgen. Es ist so ein bisschen gelassener. Ich habe so eine innere Sicherheit, das kommt schon gut. Also dann läuft halt das nicht, dann läuft wieder etwas anderes. Also einfach, dass ich mir weniger Sorgen machen muss. Das ist irgendwie schon das, was ich merke an mir selber, das ist jetzt einfacher als früher. Die ersten paar Jahre, in denen man Existenzangst hatte. Das ist dann auch die Erfahrung und eben die Erfahrungswerte, die man hat aus der Vergangenheit. Wenn es mal abwärts gegangen ist, ist es dann auch wieder rauf zu gehen. Genau. Und es muss auch immer ein bisschen so gehen, weil sonst wird es ja langweilig. Es ist so. Wenn man sich ein bisschen abwärts geht, macht man sich wieder Gedanken, was könnte ich machen, was könnte ich beeinflussen. Ja. Wenn etwas nicht gut läuft, ist es ja immer ein Anhaltspunkt, um wieder etwas zu verbessern. Ja. Es ist wieder eine Initialisierung, um wieder zu sagen, jetzt gehe ich wieder hoch. Genau. Aber es ist noch spannend. Es ist natürlich auch die Gelassenheit. Logisch, in diesem Geschäft, da sind wir jetzt noch nicht so lange dabei, jetzt eineinhalb Jahre. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich sei gelassen ohne Ende. Ich bin es geworden. Ich habe früher viele Events gemacht. Ich hatte einen Club im Bus. Das wissen eigentlich auch alle da, die regelmässig zuhören. Und ich weiss ja mal, noch ein Event habe ich gemacht. Und da bin ich so auf 180, so angespannt, etwas hätte ich nicht tun. Am Schluss hatte ich fast einen Nervenzusammenbruch. Okay. Wirklich. Das hatte mir ein Herzrasen. Und in diesem Moment, nach dem selben Event, das war so der Ding, nach dem selben Event, habe ich mir angefangen, wenn ich ein Event war und nachher auch, als ich den Club hatte, mir nicht mehr am Abend selber Gedanken zu machen. Weil am selben Moment konnte ich nichts mehr beeinflussen. Und seitdem, und das ist wirklich so nie, und das weiss ich heute noch, das ist 15 Jahre her. Okay. Seit dem selben Moment weiss ich, okay, ein Problem kann zwar jetzt da sein, aber das heisst meistens nicht der Weltuntergang. Sondern wenn es jetzt das Problem da ist, dann probiert man das ruhig zu lösen. Und für das nächste Mal und Sachen, die man nicht mehr beeinflussen kann, probiert man für das nächste Mal das Besser zu machen. Und ja, das ist auch eine Übungssache und natürlich Erfahrung und Alter. Aber bei mir ist das auch so gewesen, das ist für mich ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Und nachher, logisch, wenn ich den Club hatte, die ersten Wochen, war man auch recht nervös. Oh, kommen die Leute, das war doch ein Risiko gewesen. Ja. Und irgendwann habe ich schon am 11.00 Uhr sagen können, wie der Abend wird. Ja. Und dann musste ich mir auch keine Gedanken mehr machen, am 7.00 Uhr. Ich musste mich nicht aufregen, weil in diesem Moment kann ich es nicht ändern. Nein. Dann geht man hin und schaut es dann eigentlich für die nächsten Wochen oder die kommenden Zeit, okay, was können wir für Schlüsse daraus ziehen und wie können wir es besser machen. Aber ich glaube, das hat jeder noch so den … Ich glaube auch, das ist eigentlich egal, was für eine Branche. Ja. Das ist ja immer wieder … Jetzt ein Thema, das ich unbedingt noch aufnehmen wollte in diesem Talk ist Digitalisierung. Logisch, du machst physischen Sport. Er hat auch dort ja in den letzten Jahren mit Apps und allem, wo du digital sein kannst. Wie hat sich die Digitalisierung im Gruppen-Fitness, im Gruppen-Arobing, in der Gruppen-Fitness-Seilung durchgesetzt? Oder was für einen Einfluss hat das mittlerweile für dich? Also, von der Werbung her finde ich es super. Also, wir sind auf Facebook, wir sind auf Insta, wir haben natürlich auch eine Homepage. Wir waren damals das erste Aerobics-Studio im Rheital mit der ersten Homepage. Ja. Und … also, es war auch um 97. Da hatten wir schon unsere Homepage. Da war ich sehr stolz darauf, dass das Klappen hatte damals. Und ja, ich finde es wichtig, man muss einfach dabei sein. Also, ich sehe das auch bei meinen Kindern. Also, wegen Insta bin ich jetzt auch wegen den Kindern drauf, eigentlich. Aber es funktioniert und die Leute schauen es auch an und kommen auch wegen dem zu uns. Also, wir fragen auch mal, wenn jemand eine Probelektion kommt und machen, wie es auf uns gekommen sind. Ja, halt Internet oder Homepage oder irgendwas, Facebook. Ich glaube, das ist eben genau möglich. Ich finde das schon noch wichtig, ja. Vor allem für die Kleinen auch. Also, mein Neumass-Budget wird nicht wahnsinnig hoch sein. Du wirst nicht hunderttausende Franken zur Verfügung haben, um die Kampagne zu fahren. Ich glaube, für die Kleinen ist das einfach extrem ein cooler Kanal oder eine coole Möglichkeit, ohne Geld auszugehen. Man muss sich ein wenig Zeit investieren. Ja, Zeit braucht es einfach ein wenig. Aber man muss nicht unbedingt Geld investieren. Man kann es selber machen, wenn man will. Man kann eben gleich etwas rausholen. Und ja, wie du jetzt gesagt hast, jeder Einzelne mit dem, wo du interagieren kannst, ist ein potenzieller Kunde. Und ihr seid ja relativ regional. Also, da heisst ihr, wir müssen ja nicht auf Zürich runter. Nein, genau. Oder so. Du kannst sehr authentisch in der Nähe präsentieren. Und du kannst dich auch als Person präsentieren. Und du kannst die Jam29 präsentieren. Genau. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es wird auch angeschaut. Also, jedes Mal, wenn wir ein Event haben, machen wir einen Film. Ja. Und es wird wirklich angeschaut. Also, du siehst ja immer, wie vielmals das aufgerufen wird und so. Und das ist schon noch wichtig. Und dass man halt auch immer wieder präsent ist. Das Logo immer wieder sieht und so. Ja. Also, nicht nur, dass wir auf die Strasse gehen, sondern halt eben wirklich auch im Internet präsent sind. Das ist, finde ich, absolut zur Richtung und wichtig. Wie häufig machst du das? Wie viel Aufwand ist das bei dir? Jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag ein bisschen. Aber man muss sich auch daran gewöhnen, oder? Ja. Also, es darf auch mal auch nicht zu viel sein, finde ich. Ja. Also, du kannst nicht irgendwie alles etwa zehnmal schicken, blablabla, blablabla. Das schaut es nachher auch niemand mehr an. Aber es muss immer konstant und regelmässig sein. Und da tue ich eigentlich schon jeden Tag ein bisschen. Mal ein bisschen mehr Facebook, mal ein bisschen mehr Insta. Aber es ist eigentlich immer, also wir sind eigentlich immer Aschur oder so. Ja. Und Filmchen sind halt einfach, wenn wir gerade irgendeinen Auftritt hatten oder sonst irgendeinen Anlass hatten, dann gibt es immer so ein kleines Filmchen, das macht auch mein Partner. Und dann lassen wir das wieder laufen. Ja, ich glaube, du hast auch einen Punkt angesprochen. Und das ist auch das, was wir immer wieder draussen propagieren. Es ist wichtig, dass man kontinuierlich und zwar über eine lange Zeit dran bleibt. Oder nicht eine lange Zeit, sondern wenn man anfängt, dass man es einfach kontinuierlich weitermacht. Ja. 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 Und der Enthusiasmus nach dem Workshop ist riesig. Ja. Und dann denkst du, jetzt sind sie dran. Und zwei Monate später siehst du, indem sie wieder nichts mehr will. Ja. Es ist ein Aufwand, es ist ein zeitlicher Aufwand. Und meistens sind die Firmen, die da sind, das gehört nicht zu der alltäglichen Tue. Und die haben dann auch keine Zeit für das. Und dann haben sie mal den Peak und das ist dann eben schade, wenn sie wieder versandeln lassen und eine coole Idee kannst und anfängst. Ich glaube, wenn du kontinuierlich dran bist, dann sehen dich die Leute auch immer. Ja. Und wenn du jeden Tag ein bisschen etwas machst, dann ist es auch nicht… Also es ist schon Aufwand, aber es integriert sich irgendwie einfach halt in den Tagesablauf hinein oder so. Das ist ja so, ja. Jetzt auf ein Thema, das ich in der Digitalisierung auch noch ein bisschen ansprechen wollte, ist die ganze E-Sports-Geschichte. Mhm. Das ist ja bei den Jugendlichen, also ich bin gerade ein bisschen zu alt für die ganze E-Sports-Geschichte. Ähm, ich bin mal rausgeschaut, die heutige Schatten am Ding, am PlayStation oder PC. Hat dieser E-Sports-Hype auch einen Einfluss auf dich? Also das habe ich jetzt eigentlich nicht so gemerkt bis jetzt. Also wir haben ja wirklich immer auch noch junge Leute, die zu uns kommen. Das sehe ich jetzt weniger. Du siehst jetzt weniger. Also ich glaube, die Leute schätzen es schon noch, wenn eine Person vorne dran steht und vorzeigt und macht und mitmacht. Und dass man auch in einer Gruppe das macht. Ja. Nicht einfach zuhause alleine. Also es gibt sicher solche, die mit Video oder irgendwie zuhause alleine trainieren. Wie denkst du und motivierst du diese Leute, dass die dann eben fysisch dort hineinkommen? Es gibt ja heute solche Angebote. Ja. Mit Personal Trainer kaufst du DVD, das war so der erste Hangse. Ja, genau. Und heute gehst du auf YouTube und siehst. Oder machst du ein Abo auf einer Seite, wo du mit dem trainieren kannst. Aber eben auch E-Sports meine ich auch mit FIFA spielen. Man nennt das Sport, ob es dann wahnsinnig Sport ist. Vielleicht für die Hände, für das Hirn. Ja, ja. Wie schaffst du es trotzdem die Leute abzuholen? Dass sie eben… Also wenn sie mal bei uns sind, ist es ja einfach. Weil dann macht es noch Spass. Also wir sind alles motivierte Trainer und dann ist es selten so, dass dann jemand kein Abo nimmt. Schwierig ist es, um sein Studio herzukriegen. Ja. Und für das gehen wir ja eben auch mal raus. Also wir machen beim Buchserfest oder bei der Wiga sind wir immer irgendwie präsent. Und zeigen, ja halt die verschiedenen Lektionen, dass sie immer etwas darbeuten, was wir verstanden haben. Ja. Und dann sehen sie es ja. Und ja, ich glaube es ist dann auch ein wenig ansteckend, dass sie es dann einfach auch mal ausprobieren. Ja. Und das meiste ist immer noch Mund zu Mund. Also die, die wir schon haben, oder? Ja. Also trotz digitaler Möglichkeiten wie Social Media und allem Drum und Dran sind wir eben physisch gleich unterwegs. Ich habe ja auch schon an der Wiga, an dem Buchserfest vor allem, dort habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und Mund zu Mund Propaganda. Also trotzdem, dass alle von Digitalisierung, von Social Media reden, ist dieser Part eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, ich denke schon. Also halt das Miteinander und dann auch das eher durchbeissen in einer Gruppe. Also das sagen viele Kunden, wenn ich zu dir komme, dann tue ich wirklich diese Stunde durchbeissen. Und wenn ich daheim etwas mache, nach fünf Minuten, mache ich halt vielleicht wieder etwas anderes. Oder? Ich wäre wahrscheinlich genau auch so ein. Ja. Darum gehe ich gut schotten, das weisst sie. Jetzt musst du. Drei Mal in der Woche muss ich raus, dann habe ich Termin. Genau. Und ja, nein, ich weiss schon, wie es ist. Also wenn ich dreimal in der Woche gut joggen müsste, dann wüsste ich ganz sicher, dass ich nicht dreimal in der Woche gut joggen gehe. Ja. Aber so weiss ich, ich habe jedes Mal einen Fixtermin und kann mich dann voll auf das verlassen auch. Und es fällt dann auch schwieriger, einen Ausritt zu finden, wenn man einen Termin eigentlich abgemacht hat und man sagt, man ist irgendwo dabei. Und jetzt machst du das eben, um den Bogen nochmal zu spannen, seit 22 Jahren. Wie sieht die Zukunft aus? Hast du das Gefühl, okay, das ist ja auch ein anstrengender Job? Also kann ich mir das jetzt mal vorstellen? Also wenn ich mal dort war, habe ich nachher noch mal geschrieben. Die Nachstunden sind sehr anstrengend. Ja. Aber das sind ja nicht alle anstrengend. Ja. Wie siehst du die Zukunft? Wirst du nicht bis 65? Bis 100. Oder bis 100? Es gibt eine 90-Jährige oder fast eine 100-Jährige Yogalehrerin. Also wenn man gesund bleibt und wenn alles gut geht, dann kann ich das machen bis ich sterbe. Ja. Also ich werde vielleicht noch Lektionen ein bisschen anpassen müssen. Also ich werde vielleicht sicher nicht mehr irgendein Powerjumping, keine Ahnung. Jetzt bin ich über 50 und mache es immer noch. Ja. Mit 30 habe ich wahrscheinlich gesagt, ja mit 50 mache ich dann ein bisschen langsamer. Aber der Sport haltet dich auch immer noch? Ja, der haltet mich jung und fit und wenn alles gut geht und die Gelenke alles mitmachen. Bis jetzt ist alles tip top. Dann kann man das noch lange machen. Hast du einen anderen Wunsch? Oder in dieser Zeit nie die Idee gekommen, ich könnte da irgendwas anderes machen? Oder ist das wirklich, ich habe meine Bestimmung gefunden? Ja. Nein, nie. Also ich bin froh, dass ich das gefunden habe und dass ich das habe und dass ich das Studio habe und dass es immer noch gibt und dass die Leute kommen und auch meine tollen Mitarbeiter. Ohne diese geht es auch nicht. Und die sind auch, also Brigitte ist von Anfang an dabei. Die ist schon vorher bei mir gewesen und mit mir mitgezügelt und ist immer noch dabei. Und das ist mega schön. Also ja. Das ist in diesem Sinne auch ein Qualitätsmerkmal, wenn eine Mitarbeiterin in 22 Jahren dabei ist und vorher schon. Die Kinderbetreuerinnen sind auch, die eine ist auch von Anfang an dabei. Das sind alles schon viele Jahre bei mir und bleiben hoffentlich auch. Und jetzt sind wir dann ein Team von zehn Leuten und es ist wirklich cool. Und eben ohne die anderen Leute geht es gar nicht. Ja. Ja. Jetzt eben. Du bist sehr, also ich nehme mal an, der Sport gibt dir auch sehr viel Energie. Ich meine, das merke ich selber auch. Wenn ich aktiv Sport mache, wenn ich zum Beispiel mal gut jogge und wenn es nur eine Viertelstunde ist, dann habe ich auch mehr Energie. Ja. Was würdest du Leuten mitgeben, die vielleicht sagen, es scheisse mich ein bisschen an oder ich bin eigentlich nicht so sportlich. Wie würdest du diese motivieren, dass sie genau auch so etwas machen? Eben allenfalls in einen Tanzkurs kommen oder in eine Aerobik machen, Yoga. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt eben nicht der Typ, ich bin eher der Mannschaftssportler auf der anderen Seite. Aber es gibt ja viele, die machen eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Sport. Was würdest du denen sagen, um diese zu motivieren? Ja, zu motivieren ist es immer ein bisschen schwierig, wenn es so etwas negativ eingestellt sind. Und dort ist es einfach, man muss es einfach mal auszuprobieren und dann einfach mal dran bleiben. Weil man merkt zuerst nach ein paar Mal, wie gut das wirklich tut. Und wenn sie es einmal gemerkt haben, dann sind sie dankbar und dann kommen sie auch wirklich regelmässig. Und am Anfang muss man es halt fast ein wenig zwingen, manchmal einfach, dass es wirklich durchbeissen und das dranbleibt und dann spüren sie schon, dass es ihnen gut tut. Ja. Und am besten ist halt immer, dass mit irgendjemandem mitkommen, die in eine Klasse, dass sie nicht alleine kommen müssen, dass sie halt ein wenig mitgerupft werden von jemandem. Ja. Das ist, ja. Was ist dein Lieblingskurs? Der, den du am liebsten unterrichtest? Ja. Jetzt darfst du ja nichts Falsches sagen. Eigentlich alle. Ich sage jetzt von diesen Sachen. Was ist das für dich? Das ist sehr schwierig. Also, weil jeder Tag ist anders und alle Kürze sind anders und auch die Leute, die dann kommen. Also, ob jetzt 60 plus Unterricht oder Kids-Erobigung mit vier. ist alles anders und es macht alles Spass. Es ist eigentlich keine Lektion, die ich nicht gerne mache. Aber das, was du jetzt persönlich am liebsten möchtest, nicht als Trainerin, als Lehrerin, sondern, was du sagst, das machen wir am meisten. Ja. Also, momentan das Jumping, das gefällt mir sehr gut, weil es halt wirklich Power hat. Ja. Und, aber im Gegenzug auch Pilates, weil es einem so ein wenig runterholt. Also, es ist wirklich schwierig zu sehen. So auf der einen Seite das Ausstürme und Frauen, das ist wieder zu regulieren. Ja, genau. Aber wirklich auch so ein wenig Balance immer wieder zu finden. Und mein Stundenplan ist auch so ausgerichtet, dass nicht ein Tag nur Powerstunden sind, ein Tag nur langsame Stunden oder leichte Stunden. Es ist wirklich immer ein wenig so, dass auch, ja, also jeder Stundenplan ja nach mir anpassen müssen, dass ich auch ein wenig ausgeglichener bin. Oder ich kann nicht in einem Tag vier Powerstunden gehen, dann bin ich auch tot. Aber so ist es ein wenig ausgeglichen. Dann mal Power, dann wieder ein wenig Kinder. Bei den Kindern ist es überhaupt nicht so streng für den Körper, es ist mehr als für den Kopf. Für den Kopf. Dann halt immer rufen, Sylvia, Sylvia, Sylvia. Aber ja, oder bei den Schwangeren ist es auch nicht so streng. Also für mich, oder? Es ist dann einfach ein schönes Training. Ja. Eben sehr, sehr vielfältig. Ja, und da macht es eben aus, das ist so schön. Es sind so viele verschiedene Leute, ob es jetzt eben die Schwangeren sind, oder die Mütter, die gerade geboren haben, wenn sie zur Rückbildung kommen, oder kleine Kinder, eben ab vier kann man kommen. Ja. Mittlere Kinder oder Teenies, erwachsene Männer, Frauen, alles. Und beim Personal Training ist es ja auch nochmal anders. Dort ist dann eine 1-zu-1-Betreuung und das finde ich auch schön. Es ist eben sehr, sehr viel Abwechslung. Ja. Vielleicht auch mit dem Grund, wieso du seit 22 Jahren in diesem Beruf tätig bist, selbstständig bist. Ja. Man merkt es dir übrigens auch an, dass du das machst, wenn du davor redest, wo dir auch Spass macht. Ich glaube, das ist so etwas, was ich auch den Leuten draussen mitgeben will. Man soll das machen, was Spass macht. Am besten ein Hobby zum Beruf machen. Genau. Natürlich ist es nicht immer einfach, mit einem Hobby Geld zu verdienen. Aber es gibt, wenn man, glaube ich, etwas kreativ ist und bereit ist, zum Einsatz zu geben, so wie du das jetzt gemacht hast, dann gibt es auch Möglichkeiten, einen Lebensunterhalt mit dem Hobby, mit dem, was man gerne macht, zu verdienen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du da gewesen bist. Danke auch. Für alle unsere Zuseher, könnt ihr mal schauen, Jam29, wie gesagt, auf Facebook, Instagram, Homepage oder dann am Buchsenfest an einer Liga überall unterwegs, das orange Logo. Es war sehr, sehr interessant, Silvia. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke. Und alles, alles Gute für die Zukunft. Ja, danke. Gleichfalls.